Ich kann mich sehr lachen, dass ich gesagt habe, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß es nämlich. Es traut sich jemand, Harald Junke vor der Kamera zu imitieren. Ich weiß natürlich nur nicht, was derjenige imitieren will. Ich bin sehr neugierig. Ja, schaut mal, zehn Sekunden. Irgendjemand möchte, also das kann eigentlich nur ein Herr sein, nehme ich an. Da fallen also die Damen schon mal raus. Einer, ich glaube, dass es ein Herr ist, ja. Es müsste nicht, aber ich glaube, dass es ein Herr ist. Ich weiß es ja auch nicht. Die Zeit ist um, habt ihr euch entschieden? Also der Ueli meint, also sieben, sieben, sieben. Was, viermal die sieben. Alle vier Kandidaten sagen die sieben. Da gehe ich mal schnurstracks auf den Herrn Nummer sieben los. Guten Abend. Guten Abend. Sprech, wie heißen Sie? Ich heiße Horst Freckmann. Woher kommen Sie, Herr Freckmann? Aus Bochum. Aus Bochum? Ja. Was machen Sie, Herr Freckmann? Ich bin Bäckerlehrling in Bochum-Stiebel. Bäckerlehrling in Bochum-Stiebel. Ich versuche nur an seiner Stimme herauszuhalten, ob er es sein könnte. Ich habe ja keine Ahnung. Sind Sie der Herr? Ich bin der Herr, ja. Sie sind der Herr? Ja. Dann kommen Sie doch mal bitte hier vor. Alle vier. Guten Abend. Wie ist der Vorname? Horst. Horst. Ja. Ich darf Horst sagen. Ja, aber ich bin verstanden. Alle vier Kandidaten bekommen drei Punkte. Und Sie haben sich also dazu entschlossen, sich hier vor der Kamera zu trauen, den Harald nachzumachen. Ja, genau. Haben Sie den studiert? Sind Sie ein besonderer Fan vom Harald? Ich bin ein besonderer Fan, ja. Besonderer Fan. Was mögen Sie an ihm so besonders? Ich meine, der kann ja unheimlich viel. Ja, das, was Sie meinen, möge ich nicht. Woher wissen Sie denn jetzt schon, was ich meine? Ich meine prinzipiell gar nichts. Gut, das ist gut. Ja, die ganze Art sich zu geben, eben das Schauspielerische können. Ja? Ja, seine Art eben. Ja. Ich habe ja gesagt, der kann unheimlich viel. Kann unheimlich viel. Und Sie wollen ihn jetzt hier nachmachen? Ja, ich möchte folgen. Es könnte eine Sternstunde werden, Sie könnten entdeckt werden. Könnten Sie sich vorstellen, dass wenn Sie entdeckt werden, dass Sie Ihren ehrenwerten Beruf, das Bäckerhandwerk aufgeben? Danach. Im Moment noch schwer, aber naja. Ihre Brötchen liegen noch an. Er fängt schon an. Er fängt schon an. Er hat schon so einen leichten Schlenkerer vom Harald drin gehabt. Also ich ziehe mich jetzt mal hier zurück. Mikrofon, Kamera, die Halle, das Publikum. Alles gehört Ihnen. Ja, danke. Harald Junke, der Bäckerlehrling. Ja, meine Damen und Herren, ich heiße Sie persönlich jetzt auch erst mal herzlich willkommen hier heute Abend in der Rhein-Ruhr-Halle. Guten Abend. Ja. Meine Damen und Herren, wenn ich ins Publikum sehe, sehe ich, Sie sind heute alle in netter Begleitschaft gekommen. Ja, mein Freund Ewald wollte heute Abend auch hierher kommen, aber der hat ein Problem mit seiner Frau, ja. Und zwar passierte denen kürzlich folgendes. Der musste zum Optiker sich eine neue Brille kaufen, ja. Kommt also dort zum Optiker, sagt, ich hätte gerne eine Brille, ja. Eine, die auch so ein bisschen meinem Typ entspricht, ist doch ein Kleder-Dücker, ja. Ja, sagt der Optiker, ich habe da genau das Richtige für Sie. Gibt Ihnen eine Brille, er schaut sich die an. Ja, sagt er, sehr schön. Will Sie gerade aufsetzen und fragt, was soll die denn kosten? Er will Sie gerade aufsetzen, da sagt der Optiker, 2000 Mark. Was hat das da? 2000 Mark für so eine einfache Brille? Was hat der Optiker, setzen Sie die doch erst mal auf. Er nimmt die Brille, setzt sie auf, der Optiker nackt. Er nimmt die Brille ab, der Optiker wieder angezogen. Setzt die Brille auf, da hinten eine Verkäuferin, die Verkäuferin nackt. Er nimmt die Brille ab, Verkäuferin wieder angezogen. Ha, sagt er, das Ding ist ja spitze, das kaufe ich. Sagt er, das Ding ist ja spitze, kaufe ich, gibt dem Optiker 2000 Mark, lässt die Brille auf, fährt mit dem Bus nach Hause, war in Berlin. Kommt in den Busverein, sitzt er, der Busfahrer soll dicken, die Fahrgäste alle nackt, ja. Er lacht natürlich fürchterlich, kommt nach Hause, stießt die Haustür auf, kommt ins Wohnzimmer, sitzt seine Frau natürlich da, mit seinem besten Freund. Er hat die Brille noch auf, beide nackt. Er nimmt die Brille ab, die beiden bleiben nackt. Mensch, Mensch hat da so ein Mist, den Kinn ist Stunde alt und schon kaputt. Also zuerst muss ich mal sagen, super, Fabula, ich habe den Harald richtig gesehen. Die drei Punkte sind verteilt und jetzt überlege ich, was ich dazu sage, ich möchte gerne sagen, einige von Ihnen wissen wahrscheinlich warum. Ich nehme jetzt mal an, Horst, Sie seien wirklich der Harald und dann würde ich sagen, vertragen wir uns wieder. Ja, das würde mich auch freuen. Ich weiß, was Sie meinen. Prima. Oh, sehr vielen Dank. Ganz groß. Es sind noch mehr hier in der Bank, die sich was trauen. Ich gehe mal so schnell rum, was würden Sie sich zum Beispiel...